Mama? Mama? Mama, ich hab Hunger. Ja, mein Schatz. Weißt du was? Wir haben in der Kühltasche noch eine Banane und einen Apfel. Den kannst du erst mal essen. Äh, nein, nein, nein. Ich möchte Pommes. Mama? Ja, mein Liebling? Ich will Pommes, Pommes, Pommes. Schätzchen, wir sind bald zu Hause. Und dann koche ich alles, was du möchtest, ja? Ich hab dich doch lieb. Oh, schau mal, Mama. Oh Gott, ich bringe halt dich fest. Nein, Hilfe, nein! 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 Das war's. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020